Die Digitalisierung und insbesondere BIM sind die Wörter der Stunde im Bauwesen. Während BIM im Hochbau überwiegend angekommen ist, werden im Tiefbau aktuell vielerorts die ersten Schritte gemacht. Mein Name ist Matthias Kuhn. Als Experte für digitale Planung bei Basler und Hofmann bin ich überzeugt, die Digitalisierung und damit auch BIM werden den Tiefbau nachhaltig verändern. Der Aktionsplan Digitale Schweiz sieht vor, dass der Bund und die bundesnahen Betriebe ab 2025 BIM auch für Infrastrukturen verpflichtet anwenden. Unsere Erfahrungen aus den ersten Pilotprojekten zeigen, es schlummert viel Potenzial darin, BIM und die neuen Technologien auch im Infrastrukturbau einzusetzen. Ich bin Beat Bircher, Begleiter als Projektleiter Tunnelbau, Geotechnik, Bahnbau. Aktuell mehrere Pilotprojekte für das Bundesamt für Strassen Astra und die Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Nebst der digitalen Planung und Ausführung arbeite ich an einer Plattform für die Beschaffung ab digitalem Modell. Wollen wir die Digitalisierung im Infrastrukturbau gemeinsam vorantreiben, muss sich der Status quo verändern. Wir schlagen dazu drei Stossrichtungen vor. Das digitale Modell muss die Drehscheibe für alle Prozesse sein. Mit konsequentem BIM werden Medienbrüche und Datenumwandlungen von einer Projektpartei zur nächsten grundsätzlich überflüssig. Mit dem Modell als Datendrehscheibe gewinnen wir in der Datenübergabe an Effizienz und Qualität. Damit das digitale Modell als Drehscheibe sein volles Potenzial entfalten kann, müssen wir uns rasch vom Gedanken lösen, dass sich nur einzelne Projektschritte durch die Digitalisierung und BIM verändern müssen. Ganzheitliches Denken ist gefragt. BIM bietet grosse Vorteile für Auftraggeber, Planer, Unternehmer, Behörden und Betreiber. Solange eine durchgängige Modellennutzung gewährleistet ist und sämtliche Produkte direkt und ohne Handarbeit von diesen Daten abgeleitet werden können. Copy-Paste hat in einem integralen digitalen Projekt keinen Platz. Aktuell wird im Infrastrukturbau zwar immer öfter mit BIM geplant, die Ausschreibung erfolgt jedoch nach wie vor konventionell. Ich bin überzeugt, im BIM steckt auch für die Ausschreibung grosses Potenzial. Ein Beispiel aus der Praxis. Als Teil eines aktuellen Tunnelbauprojektes für das Bundesamt für Strassen Astra haben wir eine Plattform für die Beschaffung ab Modell entwickelt. Die Plattform ist webbasiert und funktioniert unabhängig von der Modellierungssoftware. In der Plattform haben wir die Struktur der konventionellen Ausschreibungsunterlagen mit dem bauteilorientierten Modellierungsansatz der BIM-Planung kombiniert. In der Plattform ist die Geometrie des Bauwertes direkt mit dem bauteilbasierten Leistungsbeschrieben verknüpft. So wird das Schweizer Vergaberecht eingehalten und die Lücke zwischen modellbasierter Planung, Submission und Bau geschlossen. Unsere Erfahrung zeigt, die Vorteile einer konsequenten Datendurchgängigkeit sind auch bei der Ausschreibung gross. Unternehmer profitieren dank der Visualisierung der Modelldaten von einem besseren Verständnis des Projektes. Der Auftraggeber profitiert von genaueren Angeboten und weniger Korrekturen während der Ausführung. Zudem wird die Transparenz im Falle von Projektänderungen verbessert und die Abrechnung kann einfacher dem aktuellen Baufortschritt abgeglichen werden. Der Finanzfluss wird quasi direkt am Modell sichtbar. Dies nur um einige Vorteile einer modellbasierten Beschaffung aufzuführen. Die Datendurchgängigkeit zwischen Planung, Ausschreibung und Bauausführung ist also in greifbarer Nähe. Was für ein integrales digitales Projekt nach wie vor fehlt, sind die Genehmigungsphase zu Beginn und die Dokumentation am Ende eines Projektes. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch dieses Potenzial bald erschliessen. Die Vorteile liegen schliesslich auf der Hand. Oder ist ein mit Documented Reality projiziertes Projekt für die Genehmigung nicht aussagekräftiger als ein Baugespann? Ist ein digitaler Zwilling, der die zukünftigen Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten simuliert, für den Besitzer nicht viel mehr wert als ein statisches 3D-Modell oder gar zweidimensionale CAD-Pläne? Damit sind wir beim Thema Betrieb und bei unserer zweiten Hypothese angelangt. Eine übergeordnete Digitalisierung ist nur mit dem Bestand möglich. Ist ein BIM-Projekt einmal abgeschlossen, wird dem Auftraggeber in der aktuellen Praxis das Modell übergeben. Dieser nutzt das Modell als Dokumentation. Ich glaube, dass in den Modellen für den Betrieb weitaus mehr Nutzen und spannende neue Geschäftsmodelle für die Branchen schlummern. Wie wäre es zum Beispiel, wenn der Betreiber einer Strasse die periodische Inspektion direkt im Modell dokumentieren könnte? Ich bin überzeugt, dass in einer konsequenten Aktualisierung und Pflege der Daten grosser Mehrwert steckt. Gemeinden hätten so etwa den Überblick über den gesamten Zustand ihres Strassennetzes und könnten anstehende Sanierungsmassnahmen intelligent kombinieren. Damit wir uns diesen Mehrwert zeitnah erschliessen können, müssen wir uns verstärkt dem Bestand zuwenden. In der gängigen Praxis wird bestenfalls für Neubauten ein Modell erstellt. Bei Bestandesbauten wird analog weitergearbeitet. Dies ist nicht zielführend. Wenn wir nur bei Neubauprojekten einen digitalen Zwilling erstellen, dauert es rund 100 Jahre, bis wir den ganzen Lebenszyklus einer Infrastrukturanlage digital abbilden können. Wertvolles Wissen über das Verhalten von Bandbestandesbauten bleibt uns verborgen. Der Aufwand, sämtliche Bestandesbauten quasi über Nacht vergleichbar zu Neubauten digitalisieren zu lassen, ist kaum stemmbar. Gemeinsam müssen wir in Projekten einen Weg finden, digitale Zwillinge für Bestandesbauten effizient und unkompliziert zu erstellen. Quasi ein Fast-Food-Digital-Twin, der zumindest den elementaren Hunger stillt. Das Potenzial von digitalen Bestandesmodellen ist gross, auch wenn diese noch nicht den Detaillierungsgrad eines Neubaus haben. Stehen bauliche Veränderungen an, kann ein digitales Modell die Situation deutlich verständlicher machen. Das Risiko von Fehlentscheiden wird verringert, die Qualität der Projektierung gesteigert. Bestandesmodelle können auch als Zuhause für Echtzeitdaten dienen. Ein Beispiel aus dem Brückenbau. Brücken verändern durch die schwankenden Temperaturen im Jahresverlauf stetig ihre Länge. Im Winter sind sie kürzer, im Sommer länger. Um dies auszugleichen, sind insbesondere bei längeren Brücken teure Fugenkonstruktionen erforderlich. Heute erfolgt die Dimensionierung dieser Fugen mittels relativ einfacher Modellrechnungen. Wenn wir nun eine bestehende Brücke einige Zeit vor dem Ersatz einer Fuge in ein Bestandesmodell überwachen könnten, wäre es möglich, die Fugenkonstruktion nicht primär basierend auf Modellberechnungen, sondern auf der Basis effektiver Daten zu bemessen. Wir sind uns sicher, dass die Kosten- und Risikoreduktion den Aufwand für die Messungen in den meisten Fällen rechtfertigen würde. Wir haben nun sowohl digitale Zwillinge von Neubauten wie auch Bestandesbauten. Grosses Potenzial liegt nun darin, die Gesamtheit der Bauwerke zu betrachten. Damit gelangen wir zu unserer dritten Hypothese. Ein erfolgreiches Einzelprojekt erfordert den Blick fürs grosse Ganze. In der Zusammenführung digitaler Modelle von Projekten und Bestandesbauten zu einem vollständigen digitalen Modell liegt insbesondere für Besitzer umfangreicher Anlagen grosses Potenzial. Vielleicht haben die Modelle nun nicht alle den gleichen Detaillierungsgrad, aber die Kerndaten sind bei allen Bauwerken dieselben. Aus den vielen Einzelmodellen lässt sich ein Gesamtmodell zusammenfügen. Damit erhalten die Besitzer der Anlagen den Gesamtüberblick über ihre Bauwerke. Der Blick fürs grosse Ganze ermöglicht den Besitzern neue wertvolle Erkenntnisse. Wie ist der Gesamtzustand aller Personenunterführung? Welche Schadstoffe sind wo verbaut? Der Überblick für das grosse Ganze bietet objektive Entscheidungsgrundlagen für das Einzelprojekt und erlaubt eine gezielte Finanzplanung. Der Erfolg von Einzelprojekten wird sich in Zukunft immer stärker am grossen Ganzen messen. Hätte eine Stadt z.B. einen digitalen Zwilling ihres gesamten Strassennetzes und wüsste, wo welches Material in welcher Qualität verbaut ist, könnte sie ein anständiges Sanierungsprojekt gezielt mit einem Neubauprojekt kombinieren. Wertvolles Material aus dem Bestand könnte so im Neubau wiederverwendet werden. Ein Gewinn sowohl hinsichtlich Kosten als auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Dass man nun noch die Modelle aller Anlagenbesitzer zusammenziehen könnte, davon wage ich nur zu träumen. Wobei als TÜV-Fuhr vor rund 200 Jahren mit der Kartierung der Schweiz begonnen hat, wusste er wohl auch noch nicht, wofür er die Grundlage gelegt hat. In diesem Sinne kommen wir zur Zusammenfassung. Digitale Zwillinge haben ein erhebliches Potenzial weit jenseits der Projektkoordination. Beginnen wir dieses Potenzial zu erschliessen, indem wir erstens das digitale Modell als Drehscheibe für alle Prozesse nutzen, zweitens den Bestand in die Digitalisierung integrieren und drittens unseren Blick für das grosse Ganze schärfen. Packen wir dies an, Schritt für Schritt und ganz wichtig, gemeinsam.